Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 8 auf. Große Anfrage der Abg. Faulhaber, DIE LINKE und Fraktionen betreffend Pakt für den Nachmittag, Drucksache 19,4710 zu Drucksache 19,4326. Das Wort hat Frau Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kultusminister, zunächst einmal möchte ich noch einmal kurz etwas zur Entstehungsgeschichte dieser Großen Anfrage sagen. Im Sommer letzten Jahres stellten wir nämlich eine ähnliche Anfrage mit der Drucksache 19,3574, und der Titel lautete Kleine Anfrage betreffend Kosten für den Pakt für den Nachmittag. Auf diese Kleine Anfrage antworteten Sie, der Hessische Städtetag habe der Landesregierung gesagt, es sei viel zu viel Aufwand, die Fragen zu beantworten. Wohlgemerkt, wir reden über damals 122 Paktschulen. Es war Ihnen zu viel Aufwand, Fragen wie, an wie vielen Paktschulen wird mit der Teilnahme am Pakt erstmalig ein Mittagessen angeboten, zu antworten. Ich bin eigentlich nicht nachtragend, aber so eine Schnottrigkeit muss man sich auch als ungeliebte Oppositionsfraktion nicht zumuten lassen. Weil es so eine Überheblichkeit war, erwähne ich dieses Vorgehen aus dem Kultusministerium heute auch noch einmal. Meine Damen und Herren, kommen wir zu der Großen Anfrage, die nun wenigstens leidlich beantwortet wurde. Viele Eltern melden uns zurück, dass es ganz erhebliche Mängel bei der Umsetzung des Pakts für den Nachmittag gibt. Vor Ort wurden teilweise gut funktionierende Strukturen und Kooperationen zerschlagen, und auch die Finanzierung wird bemängelt. Aber bevor ich in die Tiefe gehe, möchte ich eines noch einmal klarstellen. Dieser Pakt für den Nachmittag ist kein Schulangebot, mit dem sich Hessen der Ganztagsschule annähert. Das stellen Sie gerne so dar, meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen. Aber ich wiederhole es, der Pakt ist kein Ganztagsschulangebot. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN des Abg. Janine Wissler In allen Städten gab und gibt es ein vielfältiges Sammelsurium von Betreuungsangeboten, meist für Grundschulkinder, schon oft seit Jahrzehnten. Warum gibt es diese Betreuungsangebote? Weil es eben fast keine echten Ganztagsschulen in Hessen gibt. Diese Betreuungen werden nun insofern mit Paktschulen kooperieren, unter dem Deckmantel Pakt für den Nachmittag als wahnsinnig innovative Neuerung des Kultusministeriums verkauft. Nun will ich konkret zu diesen Betreuungsangeboten kommen. Dass man dort nun offiziell ab 14.30 Uhr für die Betreuung zuständig ist, ist nicht unproblematisch. Es macht insbesondere dort Schwierigkeiten, wo bislang Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen im Konzept der Betreuungseinrichtung eingebunden waren. Das wird nun an die Schulen verlagert. Viele gute Betreuungseinrichtungen konnten deshalb nicht weiter bestehen. Jetzt bin ich nicht grundsätzlich dagegen, dass Nachmittagsbetreuung in der Schule stattfindet. Doch es kommt noch ein anderes Problem dazu, nämlich dass beim Pakt für den Nachmittag Qualitätsstandards, z. B. nach SGB VIII, vom Kultusministerium nicht eingefordert werden. Beispielsweise gibt es für Hortestandards an die Qualität des Personals. Es gibt Aus- und Weiterbildungsanforderungen und räumliche Grundvoraussetzungen. Das gilt für die Paktschulen nicht. Vielerorts wurden zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Betreuung eingestellt, die überhaupt keine pädagogische Ausbildung haben. Das ist doch wirklich ein Problem. Allerdings zeigt es sehr anschaulich, wie hoch der Pakt für den Nachmittag im Kultusministerium wirklich angesiedelt ist. Vom Namen her ist er ein Aushängeschild. Doch auf der Kehrseite erblickt man ziemlich wenig. Wenn der Kultusminister es nicht einmal für notwendig hält, Personal- und Qualitätsstandards für den Pakt festzulegen, was auf dem Verordnungsweg durchaus möglich wäre, dann darf man sich nicht wundern, dass die Beantwortung der Großen Anfrage vor allem eines zeigt. Den Kultusminister bekümmert es wenig, wie die tatsächliche Umsetzung vor Ort aussieht. Nicht nur das. Auch die Kosten, die letztendlich von den Eltern getragen werden, sind Schwarz-Grün ziemlich egal. Anders lässt sich nicht erklären, dass mit der Einführung des Paktes de facto noch etwas anderes eingeführt wurde, nämlich ein Schulgeld. Dass das Land die Kosten für die Betreuung bis 14.30 Uhr übernimmt, ist schlichtweg unwahr. In über 10 % der teilnehmenden Schulen wird nämlich Geld für die Betreuung bis 14.30 Uhr erhoben und nicht zu knapp. Es variiert zwischen 30 und beinahe 60 € monatlich. Für schulische Betreuung bis 14.30 Uhr wohlgemerkt. So etwas kann und darf doch nicht sein. Dann ist das noch nicht alles. Hinzu kommt das Geld für das Mittagessen, an dem in den meisten Schulen die Schülerinnen und Schüler verpflichtend teilnehmen müssen. Damit sind auch die Eltern verpflichtet, dafür zu zahlen. Die Kosten hierfür variieren zwischen 2,70 € und 5,50 € pro Mahlzeit. Das heißt, wenn es schlecht läuft, zahlen Eltern für die angeblich vom Land finanzierte Zeit bis 14.30 Uhr im Monat schon 170 €. Meine Damen und Herren, das ist schon harter Tobak. Hinzu kommen dann die Gebühren für die anschließende Nachmittagsbetreuung, die beispielsweise Kriftel bis 218 € monatlich ausmachen können. Herr Kultusminister, das nennen Sie ein hervorragendes und ausgewogenes Ganztagsangebot, also entschuldigen Sie die Wortwahl. Das ist einfach lächerlich. Wir brauchen ganz dringend echte Ganztagsschulen. Schulen, die gebunden und erteilgebunden über den Tag hinweg sehr rhythmisierten Unterricht anbieten, mit einem natürlich kostenfreien Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler. Schulen, die mit Sportvereinen und Musikschulen, mit Kreativitätswerkstätten, Bibliotheken und auch mit Betrieben kooperieren und einen ganzheitlichen pädagogischen Ansatz verfolgen und umsetzen. Dass hessenweit nur zehn oder elf Ganztagsgrundschulen vorhanden sind, ist ein Armutszeugnis Ihrer jahrzehntelangen verfehlten Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Beenden Sie endlich die Stagnation und beginnen Sie einen offensiven Ganztagsschulausbau, statt Ressourcen in die Mogelpackung zu stecken, die der Pakt für den Nachmittag eindeutig ist. Alle Studien zeigen, dass das Ganztagsschulmodell am ehesten geeignet ist, die Wechselbeziehung zwischen sozialer und finanzieller Herkunft und dem Bildungserfolg zu durchbrechen. Hinzu kommt natürlich, dass wir in einer Zeit leben, in der berufstätige Eltern die Regel und nicht mehr die Ausnahme sind. Daher ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtiger denn je. Dazu gehört auch, die Kinder nicht nur irgendwie betreut zu wissen, sondern dass sich eine moderne, pädagogisch gut durchdachte Institution um Lernen und Erziehung kümmert, wie das eben echte Ganztagsschulen tun. Investieren Sie hier, investieren Sie jetzt. Entwickeln Sie flächendeckende pädagogische Rahmenkonzepte, statt wohlklingelnder Labels. Lassen Sie diese Flickschußerei bleiben, die leider zum Aushängeschild der hessischen schwarz-grünen Bildungspolitik geworden ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Faulhaber. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will das an dieser Stelle für die Freien Demokraten wiederholen. Wir halten prinzipiell diese Art der Nachmittagsbetreuung, wie sie der Pakt für den Nachmittag darstellt, für besser als nichts. Die Betreuung ist besser als gar kein Angebot. Insofern ist es zwar kein Ganztagsschulangebot, wie wir uns das alle wünschen würden, aber es ist wenigstens ein Betreuungsangebot, und das ist ein wichtiger Schritt für die Eltern und für die Familien in unserem Land. Das ist der eine Teil. Wenn man sich dann die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage anschaut, stellt man fest, dass sie zwar grundlegende statistische Daten über die aktuelle Situation an den teilnehmenden Schulen bieten. Aber es bleiben natürlich vor allem Fragen hinsichtlich Qualität, hinsichtlich der Kooperation und hinsichtlich der personellen Verzahnung. Diese Fragen werden weitgehend nicht beantwortet, allenfalls in rudimentären Ansätzen. Es entsteht vor allem der Eindruck, aber es liegt natürlich auch an den Fragestellern, dass die finanziellen Aspekte, die vornehmlich abgefragt worden sind, vor denen nach Qualität und Quantität stehen. Ebenso wenig lässt sich diesbezüglich aus den Antworten der Landesregierung ablesen. 122 Grundschulen und Grundstufen von Förderstufen nehmen am Pakt für den Nachmittag im laufenden Schuljahr teil. Das bedeutet gleichzeitig die Beteiligung von 16 Schulträgern. Dabei hebt die Landesregierung hervor, dass nunmehr dadurch etwa die Hälfte aller Grundschulen im Ganztagsprogramm berücksichtigt ist. Die Praxis zeigt, dass größtenteils die bewährten Betreuungsanbieter und Träger in den Pakt für den Nachmittag eingebunden wurden. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, allerdings auch nichts, was besonders viel an Zusatz bringt, wie das uns immer verkauft worden ist. Die Antwort der Landesregierung schweigt sich aus über die Frage der konkreten Verzahnung und Rückkopplung zwischen dem schulischen Angebot und dem Betreuungsangebot durch die Träger. Dort sind nicht viele Informationen aus der Antwort herauszuarbeiten. Ich wiederhole noch einmal, das ist nur begrenzt ein Vorwurf an die Landesregierung. Es ist insbesondere natürlich auch eine Frage, wonach haben die Antragsteller gefragt, was interessiert sie überhaupt. Qualität scheint jedenfalls nicht das vorwiegende Thema zu sein. Was uns fehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Rückspiegelung und Bewertung über die Realisierung beispielsweise auch der in der Kooperationsvereinbarung zwischen Land und Schulträger verankerten Ziele. Das ist einmal die Frage der inhaltlichen und qualitativen Entwicklung von Bildungs- und Betreuungsangeboten, und zum anderen die Herausforderung an der Bildungskultur, die die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt. Nicht ganz unproblematisch, da bin ich ein Stück weit sogar bei der Bewertung der Kollegin Faulhaber, ist die Erhebung der Elternbeiträge an 13 Schulen für die Betreuungszeit von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr, also für den Teil, für die Zeit, die das Land zu verantworten hat. Der Fortsatz werden zwischen 30 bis 59 € zusätzlich zu den Kosten des Mittagessens erhoben. Dazu kommen dann die Kosten für das Modul ab 14.30 Uhr. An einer Stelle muss ich schon einmal sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut in dem Bericht der Landesregierung, fällt einem auf, etwa die Gemeinde Bickenbach mit 130 € für das Modul ab 14.30 Uhr, 59 € für den Zeitraum bis 14.30 Uhr und dann noch etwa 70 € Essensgeld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind 260 € jeden Monat, die für dieses Betreuungsangebot fällig werden. Das ist in der Tat viel Geld. An der anderen Seite frage ich, ob man da wirklich Bickenbach in den Fokus nehmen muss oder nicht vielleicht doch die Landesregierung. Denn uns kam das spanisch vor. Wir konnten es uns kaum vorstellen. Deswegen haben wir einmal recherchiert beim Bildungsbüro des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Da findet man nämlich ganz andere Zahlen. Dort ist der Betrag 50 € für das Format bis 14.30 Uhr und 80 € für das Format bis 17 Uhr zusammen 130 €, statt nach Ihrer Darstellung rund 200 €, und mit der Maßgabe, dass in diesen 130 € auch noch eine Ferienbetreuung für fünf Wochen enthalten ist. Insofern muss man schon die Frage stellen, wie weit die Zahlen, die das Kultusministerium geliefert hat, überhaupt verlässlich sind. Das ist eine spannende Frage, wenn man sieht, wie die Landesregierung auch mit dem Parlament umgeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was uns auch auffällt, ist, dass im Kreis Darmstadt-Dieburg zum Beispiel nur zwischen 14 und 57 % der Schülerinnen und Schüler am Mittagessen teilnehmen. Das ist ein eklatanter Unterschied zu fast allen anderen Schulträgern. Ähnliches gilt nur für den reichen Hochtaunuskreis, wo die Quote zwischen 31 und 47 % liegt. Da stellt sich die Frage, Herr Kollege Bellino, worin begründet sich denn die geringe Teilnahme? Ist sie in einer geringen Teilnahme am Pakt zu suchen oder in der Qualität des Angebots begründet? Was machen denn eigentlich die anderen Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen? Wie wird den Grundbedürfnissen dieser Kinder hinsichtlich Ernährung im Rahmen der Nachmittagsbetreuung bis 14.30 Uhr und vor allem darüber hinaus Rechnung getragen? Das sind Fragen, die sich sowohl an die Landesregierung, die sich für diesen Pakt rühmt, wie auch an die Schulträger richtet, die dort beteiligt sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hinsichtlich des Ressourceneinsatzes aus Landesmitteln fehlt in der Antwort der Landesregierung der Hinweis, wie die Mittel denn tatsächlich verwandt wurden. Das wäre die spannende Frage. Der bloße Verweis darauf, wie sich die Mittel zusammensetzen und wo Sie sie herausgeholt haben, zeigt noch nicht, wie es in der Praxis läuft. Ganz nebenbei, was Sie dabei verschweigen, ist, wie viele dieser Mittel Sie auf Kosten des Grundschulunterrichts abgezogen haben und wer das dem gemäß letztlich zu bezahlen hat. Meine Damen und Herren, interessant wäre zudem ein Ausblick der Landesregierung auf die Fortentwicklung des Paktes gewesen hinsichtlich der im Koalitionsvertrag, den Sie immer so gerne heranziehen, verankerten ambitionierten Zielsetzung. Ich darf Sie einmal daran erinnern, Sie haben vereinbart, dass Sie allen Grundschülerinnen und Grundschülern mit dem Pakt eine Bildungs- und Betreuungsgarantie geben wollen. Sie haben Ihre Vereinbarung auf Seite 32 noch sehr viel konkretisiert. Sie haben gesagt, gemeinsam mit den Kommunen wollen wir allen Eltern, die dies für ihre Grundschulkinder wollen, ein entsprechendes verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot machen. Wie sieht es denn aus? Kriegen es alle, die es nachfragen, oder gibt es überhaupt eine Prognose, wie denn der Wunsch ist, wie der Bedarf gemäß Elternwunsch wäre, und ist er mit dem tatsächlichen Angebot abgeglichen? Meine Damen und Herren, wenngleich der Ausbau der Ganztagsangebote ein zentrales Thema im Rahmen der Qualitätsoffensive für eine bestmögliche Bildung und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, wird sich auch hier zeigen müssen, wie der Ausbau überhaupt gelingen kann, wenn die Stellen fehlen und wenn die Menschen fehlen, die man auf die Stellen setzen kann. Auch da stellt sich natürlich weiter die Frage – wir werden das morgen noch einmal ausführlicher diskutieren –, wie weit die Landesregierung auf dem Weg weitergehen will, ihre Vereinbarungen aus den Koalitionsvereinbarungen zum Ausbau des Pakts für den Nachmittag für mehr Inklusion weiter auf Kosten der Lehrerinnen und Lehrer und der Schulen austragen will, oder ob dort entsprechende Weichenstellungen erfolgen. Was uns außerdem fehlt, ist eine unabhängige Evaluation dessen, inwieweit sich der Pakt für den Nachmittag dazu eignet, die Zielsetzungen und Qualitätskriterien von Ganztagsangeboten, die sich sowohl in der Richtlinie als auch im Qualitätsrahmen widerspiegelt, umzusetzen. So etwas wäre wünschenswert, ist aus meiner Sicht aber nicht erkennbar. Eine grundsätzliche Überarbeitung und Integration des Paktes wäre demgemäß ebenfalls anzuregen. Zu klären wäre letztlich auch, inwieweit in die Betreuungsangebote auch die Schülerinnen und Schüler der Vorklassen integriert sind oder werden können und die noch nicht die erste Klasse besuchen, aber auch aus anderen Betreuungsangeboten herausfallen. Zusammenfassend kann man sagen, meine Damen und Herren, es ist vieles gesagt oder geschrieben worden, aber viele Fragen bleiben offen, um bei einem beliebten Talkshow-Format anzugliedern. Auf wessen Kosten Sie das alles machen, was Sie machen? Darüber werden wir uns dann morgen etwas ausführlicher unterhalten. Vielen Dank, lieber Kollege Greilich. – Das Wort hat Frau Abg. Bettina Wiesmann, CDU. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute über den Pakt für den Nachmittag, den die Landesregierung mit Höcker Bouffier an der Spitze in dieser Legislaturperiode ins Leben gerufen hat. Mit diesem Programm soll die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder in Hessen flächendeckend erweitert und verbessert werden. Grundprinzip des Programms ist die Freiwilligkeit der Akteure. Das Land – übrigens das halte ich tatsächlich für neu, Frau Faulhaber – bietet materielle Unterstützung für eine Kooperation zwischen Schulträger, Kommune und Umfeld, die es so bisher nicht gab und die auch von den Zuständigkeiten nicht bisher angelegt war. Wir halten dies grundsätzlich, aber auch im Lichte der Antworten auf die Fragen, die Sie in Ihrer Großen Anfrage gestellt haben, für den richtigen Weg und freuen uns darüber, dass absehbar zwei Drittel der hessischen Schulträger am Pakt bereits teilnehmen. Wir wissen aber auch, dass wir damit noch nicht am Ziel dieses Weges sind. Was spricht grundsätzlich für den Pakt? Es geht um eine Zusammenführung von nachmittäglichen Bildungsangeboten, Betreuung und Freizeitgestaltung in ein jeweils bedarfsgerechtes Angebot, wobei Schulträger, Kommune, vor allem Kinder- und Jugendhilfe mit den Horten, aber auch nicht kommunale Anbieter wie Vereine, Kirchen, Musikschulen, freie Initiativen sich auf ein gemeinsames Ziel verpflichten, nämlich den Kindern der jeweiligen Schule eine gute Mittags- und Nachmittagsbetreuung angedeihen zu lassen. Der Pakt ist damit ein wichtiger Baustein des hessischen Ganztagsangebots. Ich formuliere das bewusst für das Grundschulalter. Neben dem Ganztagsschulprogramm des Landes, zu dem drei Profile gehören, und am Ende auch als drittes Profil die gebundene Ganztagsschule. Ich weiß, die Diktion haben wir verändert, aber es sind drei Ausprägungen. Besonders ist daran, das habe ich schon kurz erwähnt, weil ich auf die Neuheit an diesem Punkt, die mir sehr wichtig ist, hinweisen will, die Kostenteilung für das Angebot zwischen Land und Kommune. Damit wird den Zuständigkeiten, so wie sie bei uns auch verankert sind, Rechnung für die Nachmittagsbetreuung von Kindern einerseits getragen, aber auch der Verantwortung des Landes für eine gute Bildungsqualität in Hessen. Besonders und uns weiterhin wichtig ist, dass die Teilnahme am Pakt freiwillig ist. Darauf möchte ich einen Moment eingehen. Wir wollen nämlich nicht, dass sechs- oder von mir aus auch neunjährige Kinder im Regelfall einen verpflichtenden Achtstundentag an der Schule verbringen müssen. Warum? Erstens. Grundschulkinder sind keine Erwachsenen. Sie sind auch keine Jugendlichen. Sie sind weniger belastbar als diese. Es ist schon ein langer täglicher Aufenthalt in Kindertagesstätten. Er ist häufig unumgänglich, und wir kritisieren ihn nicht. Aber er führt zu einem vervielfachten Ausstoß an Stresshormonen bei Kindern. Das sagt uns die Wissenschaft, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Diese Thematik endet auch nicht zwingend mit dem sechsten Geburtstag oder mit der Einschulung, auch wenn sie über Zeit natürlich weniger wird. Deshalb halten wir offene, flexible, atmende Systeme für die richtigen. Deshalb setzt der Pakt für den Nachmittag auch Freiwilligkeit. Zweitens. Neben den Betreuungsbedürfnissen der Eltern, die wir sehr ernst und sehr wichtig nehmen, und das ist kein Lippenbekenntnis dafür machen wir ausgesprochen viel in diesem Land, gibt es wenige auf die Kinder bezogene Gründe für den zwingenden Ganztag. Seit mindestens 15 Jahren hören wir zahlreiche Plädoyers und Hoffnungen, die Ganztagsschule löse endlich alle Schuhe. Frau Kollegin Wissmann, gibt es den Wunsch nach Zwischenfragen? Ich frage Sie einmal generell. Kommen Sie danach? Danke. Also, vielen Dank. Ich mache es nachher. Das gibt es kaum auf die Kinder bezogene Gründe. Man sagt, die Ganztagsschule löse endlich alle Schulprobleme von Kindern und Jugendlichen. Auch die SPD hat diese These immer wieder vorgebracht. Echte Ganztagsschulen seien die wichtigste Voraussetzung für bessere und Bildung vor allem für gerechtere Bildung. Aber schon die aufwändige deutsche Ganztagsschulstudie, STIG heißt sie, hat ergeben, dass sogar Kinder mit Migrationshintergrund oder aus benachteiligenden Verhältnissen, um die es uns wirklich gehen muss, durch die Ganztagsschulteilnahme nichts gewinnen. Nach einer im letzten Jahr vorgelegten Studie der großen Ganztagsschulverfechterin Bertelsmann Stiftung sagen ein Viertel der Eltern von Schülern in gebundenen Ganztagsschulen, sie wünschten sich eigentlich etwas weniger Zeit ihres Kindes an der Schule. Zugleich ergeben Kinder- und Jugendbarometer regelmäßig den Wunsch von Kindern und Jugendlichen, mehr Zeit neben der Schule zu haben für ihre Freunde, und man glaubt es kaum für ihre Familie. Vizepräsident Frank Lortzmann Stiftung des Präsidenten Das könnte man auch anführen. Aber alles können wir natürlich nicht erfüllen. Deshalb gibt es eine Schulpflicht, und die ist ein Kompromiss. Man ist die Frage, wie wir die Schulpflicht behandeln wollen, wie weit wir sie ausdehnen wollen. Die Enquete-Kommission, die wir seit drei Jahren haben, zum hessischen Bildungssystem kein Kind zurücklassen, hat auch mehrmals über Ganztagsschulen gesprochen. Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Ich glaube auch für diejenigen, die denken, dass die verbindliche Ganztagsschule das Richtige ist. Denn es haben sehr überzeugend die Sachverständigen von SPD, Prof. Stecher von der Uni Gießen, Mitverfasser der hessischen Ganztagsschulstudie, aber auch die Sachverständigen der LINKEN, Prof. Rabenstein, dargelegt, dass sie vor einer weitgehenden, genau genommen überhaupt vor einer Vermengung von Schule und Freizeit warnen. Sie befürchten, dass beide Bereiche zu sehr miteinander vermischt werden, wenn wir die Freiwilligkeit – das ist genau mein Plädoyer – nicht beachten. Denn die Schulpflicht – das wollte ich hier eben auch noch sagen – ist tatsächlich ein Kompromiss, der Kinder für einen Teil ihrer Entwicklungsphase in eine Gemeinschaft zwingt, und auch zu Recht. Es gibt aber eben auch Kinder – das wissen Sie wahrscheinlich auch alle –, die sich besser entwickeln, wenn sie nicht ständig Gruppen angehören müssen. Ich betone das einfach und möchte auch nicht falsch verstanden werden. Die Freiwilligkeit, die Atmungsfähigkeit des Systems jenseits der Schulpflicht ist deshalb wichtig. Denn Kinder brauchen Freiheit zum Rückzug, auch die Chance einmal für sich, ohne Anleitung und Einkastelung etwas auszuprobieren. Manche brauchen auch ihr Zuhause oder mindestens einen personellen Tapetenwechsel, um sich einmal vom Druck der Peergroup, den es ja auch gibt, und den sie sowieso schon zweidritteltags an unseren Grundschulen haben, erholen zu können. Ich will letztens noch sagen. Die Anhörung der Enquetekommission – das hat mich selbst überrascht – hat auch gezeigt, dass nur ein kleiner Teil der Schulkinder soziale Bildungsfortschritte wegen des Ganztags macht. Das mag uns wichtig sein. Ich sage nichts dagegen. Aber was besonders bezeichnend war, ist, dass es gar keine Belege – da bin ich anderer Meinung, auch aus dieser Anhörung heraus, als Sie, Frau Faulhaber –, so wie ich es verstanden habe und wie wir es auch besprochen haben, keine Belege für kognitive Gewinne aus der ganztägigen Beschulung zu geben scheint. Die bundesweite Ganztagsschulstudie beurteilt dies auch gar nicht. Sie wollen das gar nicht herausfinden. Sie beurteilen soziales Lernen – das ist mir auch wichtig –, sie beurteilen nicht die kognitiven Fortschritte. Das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Aus all diesen Gründen – das bitte noch einmal genau, auch mir zuzuhören – sind wir nicht gegen den Ganztag. Aber wir setzen deshalb gerade im Grundschulbereich auf die Offenheit und die Freiwilligkeit der Angebote. Denn das sollte unseres Erachtens der Staat tun und Unterstützung anbieten für die, die sie brauchen oder auch wollen. Kinder, z. B. die eine professionelle Betreuung und Förderung in bestimmten Aktivitäten suchen oder ihre Eltern für sie. Kinder, denen sonst eine Umgebung von Gleichaltrigen fehlt, vielleicht weil sie Einzelkinder sind – Kinder von Eltern, die aus beruflichen Gründen nicht selbst betreuen können oder wollen. Ich beurteile das nicht. Das sind alles gute Gründe für eine Anwahl eines Ganztagsangebots. Es sollte aber nicht verpflichtend sein. Ein zweiter Punkt ist uns sehr wichtig. Auch das haben Sie vorhin schon angesprochen, Ihre Eingangsrede, Frau Faulhaber. Da sehen wir es anders als Sie. Nicht nur die Freiwilligkeit, auch die Angebotsvielfalt im Rahmen des Pakt für den Nachmittag ist uns ein besonderes Gut. Sie bezeichnen das kritisch als Flickschusterei. Wir glauben, dass mit der Konstruktion des Pakt für den Nachmittag es eben möglich wird, vor Ort aus den bestehenden Initiativen, von denen auch keine aufgegeben werden muss, sondern die alle in diese Paktkonstruktion überführt werden können, ein passgenaues Angebot für das schulische Umfeld vor Ort und für die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder vor Ort zu generieren. Jetzt muss ich mich kurz fassen. Wo steht der Pakt heute? Wir sind auch der Meinung, dass wir eingangs nicht am Ende des Weges sind, aber für ein Angebot, das wir freiwillig machen, dass wir schon den Zuspruch von zwei Dritteln demnächst aller Schulträger haben, können wir zufrieden sein. Was uns auch sehr wichtig ist, das spornt uns natürlich auch an, vermehrt noch bei den übrigen Schulträgern dafür zu werben und auch für die Vertiefung der Wahrnehmung in den Schulträgerbezirken zu werben. Was uns auch wichtig ist, neben den bereits genannten Punkten, dass tatsächlich bestehende Angebote, und das sagt uns diese Antwort auf die Große Anfrage, nicht abgeschnitten werden mussten, dass alles verführt werden konnte, dass bestehende Kooperationen mit Anbietern von diesem oder jenem alle fortgeführt werden konnten, das jedenfalls haben uns die Schulträger zurückgemeldet. Sie wurden sogar aufgewertet mit zusätzlichen Ressourcen, und sie müssen sich neuen Qualitätsmaßstäben und Ansprüchen stellen. Denn sie müssen beispielsweise jetzt auch den Qualitätsrahmen des Landes für sein reguläres Ganztagsschulprogramm erfüllen. Ich finde, das sind Fortschritte, die zeigen, dass man auch mit einem so gestrickten Angebot auf Basis von Offenheit, Freiwilligkeit und sozusagen lokalem Bezug zu qualitativen Fortschritten kommen kann. Sie müssen zum Schluss kommen. Ich will noch erwähnen, dass wir auch einen Qualifizierungsaspekt haben in diesem Programm, weil die Lehrkräfte und das pädagogische Personal durch Fortbildungsangebote unterstützt werden. Eltern zahlen nicht mehr, sondern häufig sogar weniger. Wer kein Geld hat, kann trotzdem oder zu erheblich reduzierten Preisen teilnehmen. Wir glauben, letzter Satz, dieses Konzept des Pakts für den Nachmittag überzeugt nicht nur durch seine neuartige, aber auch zweckmäßige Kofinanzierung zweier wichtiger Beteiligter. Es ist zu Recht freiwillig, offen, vielfältig und an den örtlichen Bedarfslagen und Ansprüchen ausgerichtet. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau und den Ausbau von der SPD. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Sie haben die Frau Kollegin Schott zu einer Kurzintervention motiviert. Bitte sehr. Frau Wiesmann, wenn man Ihnen darüber zuhört, wie Schule funktionieren soll und kann, dann lernt man vor allen Dingen, dass Deutschland auf einem anderen Planeten stattfindet oder irgendwo, ich weiß nicht, im Weltall. Man muss auch einmal über seine eigene Grenze hinausgucken, dann käme man nämlich zu anderen Ergebnissen. Wissen Sie, wenn Sie so tun, als ob man Kinder fragt, dass es schlimm ist, zur Ganztagsschule zu gehen, dann werden die natürlich, wenn das Kind in der Nachbarschaft nur Teilzeit zur Schule geht und den restlichen Tag mit Freizeit verbringen kann, das unangenehm finden. Das wird einem jeden Kind so gehen, das man befragt. Wenn Sie Kinder fragen, ob Sie überhaupt zur Schule gehen wollen, dann werden Sie ein gerütteltes Maß an Kindern finden, das gar nicht gehen will und ein anderer Teil der Spaß an der Schule hat. Am meisten Spaß an der Schule haben die Kinder, die eine Modellschule besuchen, wo nämlich mit Kreativität, Pädagogik und experimentiert am ganzen Tag rhythmisiert Unterricht gemacht wird und wo Schule Lebensraum ist. Da müssen wir hinkommen. Wenn Sie nicht aufhören, dieses Schreckensbild von Kindern, die von morgens bis nachmittags in Schulbänken sitzen müssen, um dort Wissen in sich hineinzustopfen, weiterzuzeichnen, werden wir von diesem Bild, das Sie derzeit machen, nämlich nicht wegkommen. Schauen Sie einmal über die Grenze hinaus. Schauen Sie sich Frankreich an. Dort gehen seit Generationen von Kindern, und das wissen Sie sicher genauso gut wie ich, viel früher zur Schule als bei uns. Sie gehen täglich länger, und Sie werden doch nicht behaupten wollen, dass in unserem Nachbarland alle Menschen schwer psychisch gestört werden, Familien zerbrechen, kein Familienleben mehr stattfindet und auch kein Sport gemacht wird. Das ist doch absurd. Schauen Sie sich an, wie es funktioniert, wo andere es machen, und dann trauen Sie sich etwas. Dann trauen Sie sich endlich auch zu sagen, wir müssen weg von diesem überkommenen und veralterten Familienbild, dass Sie hier immer wieder propagieren und hin zu einer modernen Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Das antwortet Frau Kollegin Bettina Wiesmann. Liebe Frau Schott, ich glaube, wir kommen insgesamt wahrscheinlich nicht zusammen, aber ich möchte kurz, weil Sie das Stichwort Frankreich genannt haben, ein paar Dinge dazu sagen. Ich habe selbst einen erheblichen Teil meiner Ausbildung in Frankreich genossen, und zwar die komplette Schulbildung und die Hälfte meiner Universitätsausbildung. Ich kann Ihnen berichten, dass es gute Gründe gibt, warum Frankreich heute so dasteht, was seine Jugendlichen angeht, und wir nicht so dastehen. Das hat sehr viel mit dem französischen Bildungssystem zu tun. Wenn Sie sagen, wir sollen über die Grenzen schauen, stelle ich fest, dass Deutschland seine Jugendlichen so erfolgreich ausbildet und in ein eigenverantwortlich gestaltetes Leben führt, wie sonst fast niemand um uns herum. Das könnte auch mit Dingen zu tun haben, die wir hier richtig machen. Was wir richtig machen, ist, dass wir Kinder als Persönlichkeiten in ihren Entfaltungsvoraussetzungen ernst nehmen. Entschuldigung, unser Schulsystem macht sehr vieles richtig an dieser Stelle, was nicht heißt, dass wir es nicht noch besser machen können. Aber das französische Schulsystem mit einem großen Verbrauch der Lebenszeit von Kindern, einer Pädagogik, die wirklich Frontalunterricht als Fetisch vor sich her trägt und zur freiheitlichen Entwicklung von Kindern wenig beiträgt und deshalb auch am Ende Schwierigkeiten hat, sie in eine eigenverantwortliche Gestaltung ihres eigenen Bildungsverlaufs nach der Schule zu bringen, davon können wir nicht sehr viel lernen, liebe Frau Schott. Ich würde wirklich empfehlen, Sie sollten hinschauen, aber wir sollten auch die richtigen Schlüsse ziehen. Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Das spricht nun der Kollege Christoph Degen für die SPD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Wiesmann, Sie sagen, Sie haben Ihre Schulzeit in Frankreich verbracht. Da muss ich aber sagen, im französischen Schulsystem ist aus Ihnen aber gut etwas geworden. Das muss man auch sagen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir haben heute Morgen schon festgestellt, dass Schwarz-Grün sich erstens weigert, auf die Gebührenerhebung in den Kitas zu verzichten. Aber jetzt wissen wir auch, dass Schwarz-Grün genauso noch weitere Gebühren für die Schule ist. Der Pakt für den Nachmittag, das wurde gesagt, schafft eben keine einzige neue Ganztagsschule in Hessen, sondern er schafft einfach nur eine entgeltpflichtige Betreuung und keine Bildung in den Räumen der Schule, meine Damen und Herren. Sie schieben die Kosten auf Eltern und Kommunen ab, weil sie selbst nicht bereit sind, hier mehr Landesgelder mit hineinzugeben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Familien, die es sich leisten können, will ich gar nicht in Abrede stellen, dass der Pakt auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie mithelfen kann. Aber der Pakt für den Nachmittag ist ganz sicher kein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe, meine Damen und Herren. Ich will noch einmal auf die Kosten eingehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass zumindest auf unserer Seite die Hauptangriffslinie oder die Kritik hier ist, wie verbindlich der Pakt ist, ob es echte oder nicht echte Ganztagsschulen sind. Es geht doch vor allem darum, dass hier ein Schulgeld erhoben wird. Da will ich noch einmal die Zahlen einfach nennen, meine Damen und Herren. Allein in der Zeit bis 14.30 Uhr, die so immer die Pressemeldungen aus dem Kultusministerium vom Land finanziert werden, allein für diese Zeit gibt es so die Große Anfrage, zahlreiche Beispiele, dass Gelder bis 59 € erhoben werden. Da will ich auf die Aussage des Kultusministers, auf den Berichtsantrag der SPD verweisen, dass die Aussage des Ministers des Landes kostenfrei sein werden, da in der Hessischen Verfassung Schulgeldfreiheit festgelegt ist. Das ist ein schmaler Grat, auf dem Sie sich bewegen. Schaut man sich die Zeit bis 17 Uhr an, sind das die schon erwähnten bis zu 218 €. Ob das jetzt 130 € oder am Ende 218 € sind, je nachdem, was man einrichtet, meine Damen und Herren, diese Beträge sind schlichtweg inakzeptabel. Auch das ist nicht nur die Auffassung der Sozialdemokraten. Das habe ich an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Auch die Landessportjugend, die das evaluiert hat, hat festgestellt, dass diese Gebühren einfach Familien abhalten, die nicht so viel Geld haben, ihre Kinder dort anzumelden. Dann komme ich noch einmal zum Argument, wir brauchen mehr Betreuungsangebote. Auch da sage ich noch einmal, das ist richtig. Aber wir wollen doch, dass wir die Betreuung auch mit der Bildung und den Vorteilen, die solch ein Bildungsangebot haben kann, miteinander verknüpfen. Jetzt schaue ich mir aber trotzdem nur die Betreuung an, meine Damen und Herren. Da frage ich mich, was hat der Pakt für den Nachmittag eigentlich gebracht in Hessen? Wir haben bisher 122 Grundschulen, die daran teilnehmen, von rund 1.200 Grundschulen in Hessen. Das sind ungefähr 10 %. Übrigens sind da auch schon die Grundstufen von Förderschulen mit dabei, also nicht nur Grundschulen. Von diesen 122 Schulen nehmen ja gar nicht alle Schüler daran teil, am Angebot. Das ging ja auch gar nicht. Wenn alle Schüler daran teilnehmen, würde das, was sie als Ressource zur Verfügung stellen, gar nicht reichen. Das heißt, von vornherein sind Kinder ausgeschlossen von diesem Angebot. Wenn ich mir anschaue, dass von diesen 122 Schulen nur 34 neu im Ganztagsprogramm sind, denn 88 waren schon vorher im Profil 1 oder 2. An den 34, die jetzt neu im Ganztagsprogramm sind, waren die meisten vorher schon mit einer betreuenden Grundschule verbunden. Also frage ich mich, was eigentlich neu ist an diesem Angebot, meine Damen und Herren, außer dass es Geld kostet. Das ist wieder ein Beispiel für schwarz-grüne PR. Sie reden auch in der Antwort auf diese Große Anfrage der LINKEN von dem bedeutsamsten Ganztagsprogramm der Hessischen Landesregierung. Das will ich ausdrücklich als Zitat verstanden wissen. Sie nehmen hier Angebote, die die Kommunen, die Fördervereine, die Eltern schon längst organisiert haben, machen ein neues Türschild drauf und reden von einem Erfolgsprogramm von schwarz-grün. Meine Damen und Herren, das ist nicht redlich, meine Damen und Herren, und einfach nur enttäuschend. Der Pakt vor den Nachmittag ist am Ende ein Flickenteppich von gleichwertigen Lebens- und Bildungsverhältnissen. Das kann in Hessen keine Spur sein, meine Damen und Herren. Es fehlt an einem pädagogischen Gesamtkonzept. Auch hier kann ich unseren Kultusminister zitieren. Auch hier gab es einen Berichtsantrag der SPD. Da war in der Vorlage 19 3757 die Aussage des Kultusministers. Ebenso ist die Verzahnung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten unter systematischer Einbettung von Förderangeboten in der bisherigen Schulpraxis vieler Paktschulen noch nicht in gewünschten Maß umgesetzt, so der Kultusminister. Genau so ist es, meine Damen und Herren, kein pädagogisches Gesamtkonzept. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das kann man noch einmal an einem weiteren Beispiel untermalen. Nehmen wir das Beispiel Inklusion. Jede Paktschule bekommt 0,0094 Lehrerstellen pro Schüler dieser Schule, meine Damen und Herren. Das unabhängig davon, ob mehr oder weniger Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung sind. Da frage ich mich, endet die schulische Inklusion mittags um 12, 13 Uhr? Was ist dann am Nachmittag? Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Unkenntnis der Landesregierung wird dadurch verschärft, dass auf die Frage, wie viele Kinder mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung nehmen, das ist die Antwort. Sie können uns diese Daten nicht nennen, meine Damen und Herren. Wir bleiben dabei. Wir fordern mehr Anstrengungen für Profil 2 und Profil 3 Schule. Denn wir sind der Auffassung, dass wir eine sehr gute Ganztagsschulrichtlinie in Hessen haben, die längst den Bedarfen der Schulen gerecht wird und hier doch eigentlich auch gelten sollte, was eigentlich immer Schwarz-Grün von sich behauptet. Man wolle die Schulen in Ruhe lassen und nicht dauernd irgendwas Neues durchs Dorf treiben. Ich glaube, wir haben eine gute Ganztagsschulrichtlinie. Dieser neue Pakt für den Nachmittag, der auch noch im Schulgesetz verankert wurde, bringt einfach nur Unruhe an den Schulen. Meine Damen und Herren, es schafft mehr Unübersichtlichkeit und ist eben kein Beitrag zu mehr Chancengleichheit in Hessen. Ich komme zum Schluss. Auch wenn wir sagen, natürlich ist die eigentlich sinnvollste Version, die Profil 3 Schule, die echte Ganztagsschule, dies auch in teilgebundenen Formen gibt, sodass es immer Wahlmöglichkeiten geben kann, dass es hier keinen Zwang gibt. Das ist natürlich die pädagogisch sinnvollste Version. Auch die wird es nicht von heute auf morgen geben. Aber wir brauchen eine klare Haltung, dahin zu kommen. Da stört der Pakt für den Nachmittag nur. Der Bedarf dafür ist auch da, wenn Sie mit Schulen vor Ort sprechen. Meine Damen und Herren, die sagen Ihnen, wir sind bereit, wir wollen uns auf den Weg zur Ganztagsschule machen. Aber die Kolleginnen und Lehrerinnen und Lehrer haben durchaus ein Problem damit, wenn nachmittags fremde Externe reinkommen, die zum Teil auch nicht immer so ausgebildet sind. Das hemmt auch Schulen, sich auf diesen Weg zu begeben. Deswegen ist der Bedarf da. Schulen und Kolleginnen wissen, dass sie diesen Weg gehen müssen. Wir müssen sie nur angemessen dabei unterstützen. Meine Damen und Herren, da, wo Schule draufsteht, muss auch Schule drinnen sein, auch im Ganztag und ohne Schulgebühren. In diesem Sinne, der Pakt für den Nachmittag genügt dem nicht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Kollege Christoph Degen. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Degen, man hat es gemerkt, es ärgert Sie, dass wir so erfolgreich sind mit dem Pakt für den Nachmittag. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Denn es bleibt dabei, es ist so, der Pakt für den Nachmittag ist das größte Ausbauprogramm für den Ganztag, das es jemals in Hessen gegeben hat. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, einen Moment bitte, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Kollege May. Lassen Sie ihn doch vernünftig. Herr Präsident, der ist ja auch sehr sachlich. Frau Kollegin Schott, aber wie sehr Sie in den bildungspolitischen Zusammenhängen drin sind, haben wir bei Ihren Einlassungen zum französischen Schulsystem gehört, der, glaube ich, auch Ihrer schulpolitischen Sprecherin eher unangenehm war. Wir bündeln mit dem Pakt für den Nachmittag die Anstrengungen von kommunaler Ebene und von staatlicher Ebene. Die Kommunen sind für die Hortbetreuung nach Gesetz zuständig. Von daher war es unsere Ansicht, dass wir die Ausbauanstrengungen von Landesseite und die Angebote von kommunaler Seite zusammenführen. Damit erreichen wir eine Hebelwirkung, die eben dazu führt, dass wir das hohe Tempo beim Ganztagsausbau hinbekommen. Das ist wirklich ein spürbarer Beitrag für Chancen und für mehr Bildungsgerechtigkeit in diesem Land. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der Pakt für den Nachmittag ist unsere Antwort auf einen gestiegenen Bedarf nach ganztägiger Betreuung. Es war lange Zeit so, dass sich die Eltern daran gewöhnt haben, im Bereich der vorschulischen Bildung ein sehr gutes und sehr umfassendes Betreuungsangebot, und zwar auch ganztags zu erfahren. Aber wir konnten feststellen, als wir uns anschickten, in die Regierung einzutreten, dass viele Eltern ein Problem hatten, beim Übertritt in die Grundschule ein entsprechendes Anstagsangebot zu finden. Von daher war und ist es ein Schwerpunkt von CDU und GRÜNEN, dass wir die Betreuung im Ganztag an den Grundschulen schnellstmöglich aufbauen. Deswegen haben wir den Pakt für den Nachmittag mit auf den Weg gegeben. Das kommt bei den Eltern auch gut an. Das Angebot ist bei den Eltern hochwillkommen. Ich weiß nicht, was der Kollege Degen gelesen hat, dass er meint, dass gar nicht so viele teilnehmen würden. In dem Ausdruck, der mir vorliegt, wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass im Bezirk Gießen die Teilnahmequote der Schülerinnen und Schüler zwischen 44 und 70 % liegt. Das heißt, 44 % ist der niedrigst gemessene Wert für die Teilnahme von Schülerinnen und Schüler am Pakt für den Nachmittag 70 % der höchst gemessene Wert. Das zeigt auch sehr deutlich, dass der Pakt für den Nachmittag sehr gut ankommt, dass wir damit ein drängendes Bedürfnis der Eltern erfüllen. Von daher lassen wir uns auch nicht davon abbringen, dieses Angebot prioritär nach vorne zu bringen. Dass das alles mit Stellen erlegt ist, dass wir Ressourcen dafür bereitstellen, könnten Sie im Landeshaushalt nachlesen. Dort würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass wir seit Anfang der Barperiode für den Ausbau des Ganztags und insbesondere den Pakt für den Nachmittag 600 Stellen eingesetzt haben. Das ermöglicht, dass wir jetzt zum Schuljahr 2017 und 2018 zwei Drittel aller Schulträger mit an Bord haben werden und 168 Grundschulen insgesamt beim Pakt für den Nachmittag teilnehmen werden. Herr Kollege Degen, wenn wir jetzt noch die anderen Ganztagsschulangebote dazunehmen, weil Sie meinten, es sei gar nicht so viel entstanden, dann sind wir schon weit über der Hälfte der Grundschulen insgesamt, die im Ganztag tätig sind. Das zeigt auch, dass wir ein ganz hervorragendes Zwischenergebnis erreicht haben. Unsere Philosophie ist auch eine ganz andere als die, die Sie hier vorgetragen haben. Wir setzen nämlich auf die Schlauheit vor Ort. Wir möchten, dass die Konzepte vor Ort entwickelt werden. Wir glauben, dass vor Ort am besten bekannt ist, wie das Konzept gestrickt werden soll, und zwar Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit dem anderen pädagogischen Personal. Es ist uns auch sehr wichtig, dass wir dort im Bereich der Multiprofessionalität vorankommen. Uns war auch wichtig, dass wir die Eltern mit an Bord nehmen. Denn wir glauben, dass Freiwilligkeit der beste Garant für Erfolg ist. Von daher ist gerade die Verbindung von Freiwilligkeit und pädagogischer Freiheit des pädagogischen Personals vor Ort der Erfolgsgarant für den Pakt für den Nachmittag. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Es wurde dann noch von Ihnen angesprochen, auch vom Kollegen Greilich, wie es denn mit der Qualität von Bildung und Betreuung und Bildung ist. Wenn Sie sich einmal die Antwort der Landesregierung auf die Frage anschauen, welche Kriterien denn erfüllt sein müssen, damit eine Schule am Pakt für den Nachmittag andocken kann, dann sehen Sie, dass dort in der Tat sehr hohe Standards gesetzt werden, dass dort nach Konzepten gefragt wird. Da wird dann abgefragt, so etwas wie Rhythmisierung des Ganztagsangebots, die Partizipation von Eltern und Schülerinnen und Schülern, die Kooperation mit außerschulischen Lernorten und vieles mehr. Das zeigt doch sehr deutlich, dass es uns darum geht, Betreuung und Bildung in einem ganz hohen qualitativen Niveau zu machen. Das entkräftet Ihren Vorwurf. Ich glaube, dass das ein Angebot ist, das sich qualitativ sehen lassen kann. Auch die Vorwürfe, da würden Kooperationen erstickt, da würden Angebote nur übernommen. Auch das ist alles nicht richtig. Auch dazu hat die Landesregierung Auskunft gegeben, was die Frage der Kooperation mit außerschulischen Lernpartnern z. B. mit Sportvereinen angeht oder welche Angebote im Hortbereich dadurch ersetzt worden wären. Wenn Sie sich die Antworten anschauen, dann sehen Sie, dass die Kooperationen vielfältig sind, dass Sportvereine mit an Bord genommen werden, dass die Hortangebote, die bisher bestehen, eben nicht abgelöst werden. Das zeigt, all Ihre Befürchtungen lösen sich in Luft aus. Das ist ein echtes Zusatzangebot, das wir hier erreichen. Von daher ist das ein echter Gewinn für die Eltern in unserem Land. Man kann die Uhr danach stellen, kommt die Forderung, es müsste alles noch ein bisschen mehr sein. Es müsste alles auch kostenfrei sein. Das Land sollte auch an dieser Stelle den Kostenbeitrag, den die Kommunen erheben dürfen, quasi übernehmen. Jetzt haben Sie heute Morgen schon einmal 1,3 Milliarden € versprochen. Wie viel das jetzt kosten würde, haben Sie erst einmal gar nicht ausgerechnet. Das zeigt auch, das wird sehr ernst genommen. Aber ich will hier ganz klar warnen. Wer immer allen alles verspricht, wird am Ende nichts halten. Von daher ist das nicht besonders glaubwürdig, was Sie hier vertreten. Sie haben keinen Plan, wie Sie die Mehrausgaben bewältigen wollten. Dazu haben Sie keinen Plan. Sie verschweigen auch, wie Sie das finanzieren wollten, was Sie anstattdessen machen wollen. Sie haben das heute ein bisschen versteckter argumentiert. Aber wenn Sie sagen, wir brauchen eine klare Haltung, dass wir alle zum Profil 3 bringen, dann steckt dahinter erst einmal nicht gerade die Idee von Freiwilligkeit, die bei uns im Vordergrund steht. Aber vor allen Dingen verschweigen Sie, wo Sie denn die zusätzlichen Ressourcen hernehmen wollen, wenn Sie alle Grundschulen ins Profil 3 hineinbringen wollen. Das verschweigen Sie. Letztendlich bedeutet das, dass Ihr Konzept ist, dass einige wenige Grundschulen dann ins Profil 3 dürfen. Für die große Masse sind dann keine Ressourcen da. Ich glaube, das ist kein zukunftsfähiges Konzept für die Ganztagsbetreuung. Wir wollen lieber für viele Eltern an vielen Orten in diesem Land schnell ein Problem lösen. Dieses Problem heißt, dass wir die Ganztagsbetreuung anbieten können. Sie wollen nur ein paar Modellschulen fördern. Das ist nicht unser Konzept für die Schulpolitik in diesem Land. Von daher will ich hier noch einmal abschließend unterstreichen. Unser Ziel ist es, so vielen Schülerinnen und Schülern, so vielen Eltern ein qualitativ hochwertiges, gutes Betreuungs- und Bildungsangebot im Ganztag anbieten zu können. Sie wollen hingegen den Ausbau einiger weniger gebundener Ganztagsschulen. Ich glaube, dass unser Weg derjenige ist, der die Eltern in der Breite entlastet. Von daher werden wir unseren Weg weitergehen, weil wir damit auch schon auf einem guten Zwischenergebnis sind. Ich glaube, dass wir in Zukunft auch noch viele weitere Grundschulen überzeugen werden, sich diesen Weg anzuschließen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege May. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lorz. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregierung sieht im Ausbau des Ganztagsbereichs seinen Schlüsselfaktor für eine zukunftsorientierte gesellschaftliche Entwicklung, von der unsere Kinder und Eltern und auch unsere Kommunen schon jetzt nachhaltig profitieren. Der Pakt für den Nachmittag bildet in diesem Rahmen unseren bedeutsamsten politischen Schwerpunkt. Auch wenn es natürlich nicht das Ziel der Großen Anfrage der LINKEN war, bedanke ich mich doch für die Gelegenheit, die positiven Wirkungen dieses Vorhabens hier noch einmal herausstellen zu können. Meine Damen und Herren, im Pakt für den Nachmittag übernehmen in Hessen zum ersten Mal Land und Schulträger gemeinsam Verantwortung für ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot an den Grundschulen. Gemeinsame Verantwortung bedeutet natürlich auch, weil das jetzt zweimal zur Sprache gekommen ist, dass wir nicht unbedingt wechselseitig über alle Daten verfügen, die in den Verantwortungsbereich des jeweils anderen fallen. Wenn Sie das hier kritisieren, dann verwirkt sich dahinter doch in Wahrheit eine ganz andere Debatte. Sie wollen das den Kommunen aus der Hand nehmen. Sie wollen das zentralisiert an sich ziehen, die ganze Organisation. Das ist die Debatte, die eigentlich hier geführt werden müsste. Vielleicht tun wir das auch noch einmal an einer anderen Stelle. Aber unser Konzept ist ein anderes. Wir setzen auf die vorhandenen Strukturen. Wir setzen auf eine gemeinsame Konzeptentwicklung vor Ort. Wir wollen mit dem Pakt für den Nachmittag ein bedarfsorientiertes, freiwilliges, ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot schaffen. Das bindet die Jugendhilfe ein. Das bindet insbesondere die freien Träger ein, die kommunalen Angebote sowieso. Das Schöne daran ist, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Unser gemeinsames Ziel ist mehr Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine bessere individuelle Förderung unserer Kinder. Meine Damen und Herren, bereits jetzt lässt sich als Zwischenbilanz ziehen. Dafür ist diese Große Anfrage, wie gesagt, eine gute Gelegenheit. Die Ausbaugeschwindigkeit ist hoch. Das Angebot wird positiv bewertet und rege genutzt. Im dritten Schuljahr der Einführung des Paktes für den Nachmittag, das ist das, was in zwei Monaten beginnt, am 1. August 2017, werden 21 der insgesamt 33 Schulträger im Pakt mitarbeiten. Wir freuen uns, dass damit bereits zwei Drittel der Schulträger in Hessen und dann 168 Schulgemeinden die Chance des Paktes ergreifen. Und, meine Damen und Herren, noch kein anderes Ganztagsangebot hat in so kurzer Zeit eine solche Verbreitung gefunden. Das allein ist schon ein hinreichender Ausweis für den Erfolg, den diese Einrichtungen darstellen. Was aber ist das Geheimnis dieses Erfolges? Der Pakt für den Nachmittag befördert die schulische Qualitätsentwicklung. Er ermöglicht eine verstärkte individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler, was gerade von den Lehrkräften begrüßt wird. Er realisiert eine multiprofessionelle Zusammenarbeit von Lehrkräften und weiterem pädagogisch tätigem Personal. Und er schafft damit Raum für einen ganzheitlichen Blick auf das einzelne Kind und seine Potenziale. Er ist flexibel. Er ist bedarfsgerecht. Er berücksichtigt die Verhältnisse vor Ort. Er setzt auf die Nutzung bewährter Strukturen und Kooperationen. Ich sage auch immer, wenn ich draußen unterwegs bin und wenn wir jetzt auch wieder die neuen Vereinbarungen unterzeichnen werden, wir wollen nichts, was funktioniert, verdrängen oder ersetzen, sondern wir wollen Gutes ergänzen mit unseren zusätzlichen Mitteln und Anstrengungen des Landes und sinnvoll miteinander verzahnen. Dabei kann man an der Verzahnung mit Sicherheit noch arbeiten. Das ist die eine Antwort, die der Abg. Degen zitiert hat. Ja, wir sammeln noch Erfahrungen. Wir sind dankbar für die Pilotschulen, die aus dem ersten Jahr kommen, die das mit dem Pakt ausprobiert haben. Wir lernen sukzessive dazu. Das wird auch in die Überarbeitung beispielsweise unserer neuen Qualitätsrichtlinie für die Ganztagsschulen Eingang finden. Aber die positiven Effekte des Pakts für den Nachmittag zeigen sich bereits jetzt ganz klar. Die Anzahl der Kinder im Grundschulalter, die jetzt an fünf Tagen in der Woche bis 17 Uhr Bildungs- und Betreuungsangebote nutzen können, nicht müssen, können, hat sich deutlich erhöht. Etwa ein Viertel der Schulen im Pakt für den Nachmittag war vorher überhaupt keinem Ganztagsprofil. Der Großteil der anderen war im Profil 1. Der Pakt für den Nachmittag geht deutlich über das Profil 1 hinaus. Das bedeutet, zu den etwa 3.000 Schülerinnen und Schülern, die im Moment bereits gebundene Ganztagsschulen besuchen, kommen im laufenden Schuljahr 14.000 Kinder, die am Pakt für den Nachmittag teilnehmen. Das bedeutet, dass eine große Zahl von Eltern eine Sorge weniger hat, da sie ihre Grundschulkinder nun gut betreut und mit vielfältigen Bildungsangeboten versorgt war. Der Pakt für den Nachmittag bringt die Bildungsverantwortlichen vor Ort auch näher zusammen. Die regionalen Steuergruppen sorgen für eine engmaschige Kommunikation zwischen den Paktschulen, den Verantwortlichen in den Ämtern, und zwar von Land- und Schulträgern gleichermaßen, und den freien Trägern. Das fördert den Erfahrungsaustausch, das gewährleistet gegenseitige Beratung und Unterstützung, und auch das ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der pädagogischen Qualität. Frau Abg. Faulhaber, die Sicherung, die Standards für diese Qualität, die es sehr wohl gibt, das sichern wir durch unsere Ganztagsschulrichtlinie ab. Ich habe mit einem gewissen Schmunzeln den absolut zutreffenden Kommentar des Abg. Greilich zur Kenntnis genommen. Wenn Sie zum Thema der Qualität noch detailliertere Fragen stellen wollen, geben wir Ihnen auch sehr gerne detailliertere Antworten. Die haben wir nämlich in Gestalt unserer Qualitätsstandards. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss noch auf drei besondere Fragenkomplexe eingehen, die die Große Anfrage aufgeworfen hat. Erstens. Der Zugang von Schulen zum Pakt für den Nachmittag oder auch generell zu Ganztagsangeboten. Die Türen für den Ausbau der Ganztagsangebote sind heute und bleiben auch in Zukunft unter dieser Landesregierung weit geöffnet. Als Resultat des konsequenten Ausbaus dieser Angebote werden im kommenden Schuljahr neben den 168 Schulen im Pakt für den Nachmittag 950 weitere Schulen ganztägig arbeiten. Damit überschreiten wir zum ersten Mal die Schwelle von zwei Dritteln aller Schulen. Wir setzen diese Unterstützung fort mit den bis zu 230 Stellen, die das Land in seiner Haushaltsplanung jedes Jahr verlässlich zusätzlich zur Verfügung stellt. Ich bin auch dankbar für die zweimal sechs Millionen Programme, die uns dieses Haus zusätzlich bewilligt hat. Wir begrenzen diese Unterstützung auch keineswegs auf die Option Pakt für den Nachmittag. Uns ist es wichtig, dass Schulen die Möglichkeit haben, sich zwischen verschiedenen Angeboten zu entscheiden und daraus vielleicht sogar, wenn das vor Ort gewünscht ist, einen Entwicklungsprozess zu machen. Denn sich für das eine Profil oder für den Pakt zu entscheiden, bedeutet nicht, dass damit die anderen Optionen vom Tisch wären. Man kann sich auch sukzessive über Profil 1 über den Pakt für den Nachmittag weiterentwickeln. Aber ich will in diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen, dass wir schon seit Jahren jedes fachlich tragfähige Konzept, jeden fachlich tragfähigen Wunsch auf Einrichtung einer gebundenen Ganztagsschule von unserer Seite erfüllen. Wir blockieren hier überhaupt nichts, meine Damen und Herren. Aber wir stellen auch entsprechende qualitative Anforderungen. Vor allem muss es vor Ort gewollt sein. Das sind die Kriterien, die wir für den Ausbau unserer Ganztagsangebote anbieten. Für den Pakt für den Nachmittag trifft das übrigens auch zu. Auch dort genehmigen wir jedes fachlich tragfähige Konzept. Es gibt keine Ablehnungen. Wir haben genug Ressourcen bereitgestellt, um alle Wünsche, die auf Aufnahmen im Pakt für den Nachmittag gestellt werden, erfüllen zu können. Wir haben das bisher auch getan, und wir werden das auch weiterhin tun. Dann bin ich beim zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, nämlich die Unterstützung unserer Schulen im Pakt für den Nachmittag. Die Schulen erhalten zusätzliche Stellen, selbstverständlich auch zusätzliches Personal. Diese Frage in der Großen Anfrage hat mich fast schon amüsiert, wenn man allein die Haushaltspläne sieht, die jedes Jahr um Hunderte von Stellen ansteigen, was den Einsatz der Ganztagsangebote angeht. Ich frage mich, was denken Sie eigentlich, was wir damit machen, außer zusätzliches Personal einzustellen? Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben aber auch Flexibilität geschaffen. Ein Teil muss in Lehrerstunden genommen werden. Ein anderer Teil kann in Geld eingesetzt werden, um damit weiteres pädagogisches Personal einzustellen. Das ist gut, meine Damen und Herren. So entstehen die multiprofessionellen Teams, von denen auch in einem anderen Zusammenhang immer wieder die Rede ist, die aber auch gerade im Ganztag von großer Bedeutung sind. Ich finde es gut, wenn neben dem einen Drittel an Lehrerstunden, was nach den Kooperationsvereinbarungen genommen werden muss, beispielsweise auch zu einem Drittel sozialpädagogische und erzieherische Fachkräfte im Pakt für den Nachmittag zum Einsatz kommen. Das Zusammenwirken dieses unterschiedlichen Personals, aber da gehören auch Leute wie die Übungsleiter von Sportvereinen und dergleichen hinein, das Zusammenwirken dieses Personals schafft gerade das vielfältige, das reichhaltige Bildungs- und Betreuungsangebot im Ganztag. Wir sorgen dafür, dass das Ganze zu einem einheitlichen Konzept zusammengeführt wird, indem wir das Personal auch gemeinsam fortbilden. Dabei spielt beispielsweise unsere Serviceagentur Ganztägig Lernen eine wichtige Rolle. All das zusammen sichert die hohe Qualität von Bildung und Betreuung im Pakt für den Nachmittag. Dann will ich schließlich als Drittes und Letztes das Thema ansprechen, was natürlich, das merkt man in den Fragestellungen, die Fragesteller hier, also DIE LINKE im Hause, besonders bewegt hat, Elternbeiträge und Mittagessen. Die Ergebnisse unserer Abfrage zeigen, dass zahlreiche Schulträger im Pakt für den Nachmittag entweder ganz auf Beiträge verzichten oder allenfalls für Randstunden und das Mittagessen Beiträge erheben. Mindestens aber sind die bislang für Betreuungsangebote der Kommunen erhobenen Beiträge auf breiter Front gesunken. Gleichzeitig hat sich das Mittagsangebot deutlich verbessert. Egal, welches Kriterium Sie angeben, Herr Ministerpräsident, erinnert Sie an die Redezeit der Fraktionen? Dann komme ich gerne zum Schluss. Ich will aber doch feststellen, das muss ich einfach zum Abschluss feststellen, ja, frei wir für alle. Das ist das permanente Motto der Linkspartei. Das war zumindest das Motto der SPD auch am heutigen Vormittag. Das kann es in der Tat nicht geben. Vielleicht noch einen allerletzten Satz, weil der Abg. Greilich es angesprochen hat. Die Evaluation durch die Universität Kassel ist beauftragt. Die wird jetzt über die nächsten drei Jahre laufen. Dann werden wir noch viele neue Erkenntnisse über das Funktionieren des Paktes gewinnen. Auf der Basis der Forschung können wir dann die Potenziale, die im Ganztag für die Förderung unserer Kinder stecken, noch viel besser heben. Darauf freue ich mich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Debatte. Die Große Anfrage ist besprochen. Wir treten nun in die Mittagspause ein und sehen uns wieder um 15.15 Uhr. Guten Appetit. Danke.